You know I'm bringing Bombastay I'm feeling fucking fit Hello Hellöchen Hallo Hallöchen Hallo Hey Hält dich vor? Ich bin der Vati, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Düsseldorf und wollte jetzt mit euch ein bisschen Stimmung machen. Die Schnalle sitzt nicht genau über richtig in der Mitte. Das ist extra, damit man da auch hinguckt. Ich hab' vorbereitet Sure Thing von Miguel. Dann hab' ich noch Bruises von Luis Capaldi. Bruises ist so ein geiler Song! Ja, schöne Songs! Mach! Sehr gerne! Dieter ist eine Legende. Ich glaub' wenn er mir sagen würde, Fatih, es tut uns leid, ich sehe gar nichts in dir. Es würde für mich schon eine kleine Welt zusammenbrechen. Okay. Okay, los geht's, ja? Ich weiß, dass er es kann. Machen wir den nächsten Song, bitte. Okay. Man merkt ihn auch, er ist aufgeregt, ne? Das ist gut! Ja! Woah! Ich bin told, 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 ich hoffe, I hope I never lose the brother that she left behind. Oh my lord. Oh my lord. I need you by my side There must be something in the water Cuz every day it's getting colder And if I only could hold you You will keep my head from going under Maybe I'm, maybe I've been blinded by the brightest side Okay, dankeschön. Komm schon, die da. Boah, der Anfang war so geil von der zweiten Nummer. Wow, Alter. Ja, die. Der Anfang, Vicky, da hat Pietro recht. Kompliment. Dankeschön, danke, danke, danke. Das ist ganz komisch, dass seine Stimme beim zweiten Titel völlig anders geklungen hat als beim ersten. Ja. Aber ich würde dir gerne eine Chance geben. Vati, sehr krass, du hast eine geile Stimme. Das ist echt crazy, Alter. Deine Sprechstimme und auch diese Tiefen, die du da hast, das ist so krass. Ich würde dir auch ein Ja geben, ich feier dich. Von mir kriegst du auch ein Ja, also schon mal drei Jahre. Ich glaube auch, du als Person und auch deine Stimmenfarbe, die passt gut. Von mir hast du auch eine viermal Ja. 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 Danke schön. Geh hoch, lass dich feiern. Jetzt wird gefeiert. Es stimmt halt immer, Vati ist der Beste. Das tut mir leid, da ist das nochmal nochmal eingangs. Ich machs mir nicht weg. Luis Kapal, der einfach war echt krass. Der war 1 zu 1. Es hat funktionieren. Willkommen. Ruiss Karpal! Yeah. Ruiss Karpal! Ruiss Karpal!